Ablaz Espanol? Oh, Trompete! Ich kann auch Trompete spielen. Ich war früher im Verfahren Chor. Dann durfte ich so schön immer bei den Karnevalsumzügen immer halt mitlaufen. Ja, als Kind war das super. Ich bin da wieder raus, als die Pubertät anfing, weil das ja nicht unbedingt, äh, geil ist, wenn du Trompete spielen kannst. Das konnte ich jetzt nicht so gut gucken. Oh ja, sorry bro, das ist meine. Guck mal, du hast hier die Wahl gehabt zwischen zwei Bananen und meinem Maschinengewehr und du nimmst die Bananen nicht. Da kommt ein ganzes Team. Boah, sehr gut, ey. Ich bin hier gelandet und vor allem, oder was? Ich bin hier gelandet und vor allem, oder was? Boah, haben wir sie jetzt alle? Da ist einer, genau. Ja, boah! 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 Boah, richtig weggesniped! Boah, krass! Boah, krass! Boah, krass! Boah, krass!